Herzlich willkommen bei Sakura Bonsai. Ich bin's, euer Mario und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meiner Videoreihe Bonsai Grundformen. Heute geht es um die Gestaltung einer Waldgruppe. Die Waldgruppe werde ich heute mit euch zusammen gestalten. Und ich habe mir hier ein paar Koniferen geholt, Wacholder. Und als allererstes werde ich mal die Pflanzen wieder säubern. Die, die schon die Videoreihe, einige Videos gesehen haben, die wissen schon so ungefähr meine Vorgehensweise. Ich gehe hier so ähnlich vor. Für die Waldgestaltung möchte ich auf jeden Fall unten die Stammansätze auf jeden Fall wieder sehen. Das heißt, ich muss die ganzen unteren Äste, werde ich mich erstmal trennen davon. Also auf jeden Fall möchte ich die Stammansätze sehen. Und möchte eigentlich nur im oberen Bereich grün haben. Und bei der Waldform sollten ja die Stämme auch unterschiedliche Dicken und unterschiedliche Längen haben. Jetzt muss ich mir natürlich erstmal jede Pflanze anschauen, welche da wie irgendwie unterschiedliche Stammdicken hat. Und das mache ich jetzt bei allen Pflanzen so. So, mir geht es jetzt erstmal nur um die Stammansätze. Ob die leicht gedreht sind, so wie bei denen hier. Das wird jetzt eine Weile dauern, denn ich habe mich entschieden, hier sieben Pflanzen, habe ich richtig erzählt? Ja, sieben Pflanzen in die Schale einzubringen. Das wird jetzt eine richtige Arbeit. Und dazu werde ich jetzt euch nicht behelligen mit den ganzen Pflanzen einzeln hier. Und werde dann dazu noch was sagen, wie ich dann da vorgehe. So, jetzt die unteren Bereiche alle freigelegt. Man sieht den Stammverlauf. Eine Waldgestaltung kann ja unterschiedliche Interpretationen haben. Ja, ich möchte auf jeden Fall in meinem Wald, dass die Stämme so ganz leicht gewunden sind. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Als nächstes werde ich erstmal die Höhen festlegen. Ich möchte auch unterschiedliche Höhen haben. Aber ich erkläre das dann, wenn ich die Pflanzen dann in die Schale setze. Also auf jeden Fall erstmal einkürzen. Ja, ich möchte ja nicht so lang haben. Also es sind jetzt alle eingekürzt. Das ist noch nicht ganz so die endgültige Höhe. Aber wie gesagt, die Leute, die schon meine Videos gesehen haben aus dieser Reihe, die kennen schon die Vorgehensweise. Also schaut euch, die, die das jetzt das erste Mal sehen, das Video, schaut euch ruhig nochmal die anderen erst an. Als nächstes werde ich, ich möchte ja erstmal eine Kegelform haben, vom Schnitt her. Das heißt, wenn ich die Äste jetzt hier nach unten biege, die sind natürlich viel zu lang. Auch hier die Spitzen halt einkürzen. Also hier ganz einfach die Äste erstmal einkürzen. Untenzu möchte ich sie ein bisschen länger haben. Oben eine Verjüngung. Das mache ich jetzt überall. Erstmal einkürzen. So, sind jetzt alle Pflanzen eingekürzt. Ich habe die unteren Triebe länger gelassen und oben stärker eingekürzt. Und ganz oben habe ich eine Triebspitze quasi gelassen, länger gelassen. Also ist überall im oberen Bereich, überall so ein Ast, der etwas länger ist, der ist stehen geblieben. Okay. So, als nächstes werde ich inneren Bereich, und das ist ja in den anderen Videos, in den Grundformvideos schon zu sehen, innen erstmal säubern. Das heißt, die ganzen kleinen Zweigchen, die zu sehr am Stamm dran sind. Ich weiß, wir wollen ja das Grün am Stamm haben. Aber die sind störend beim Eindrahten. Die brauche ich nicht. Da mache ich mich auch kaputter, wenn ich dann jedes kleine Zweigchen da noch einkürze. Also innen alles säubern. Und dann hatte ich, aber ich erkläre es jetzt einfach nochmal, hatte ich ja schon mal das allererste Video, frei aufrichte Formen, so mit den Etagen das erklärt. Und da gehe ich jetzt genauso erstmal vor. Also ich mache jetzt an jedem Bäumchen, schaue ich, dass ich da Etagen einarbeite. Das heißt, ich trenne mich von den Zweigen oder Ästchen, die direkt übereinander oder direkt nebeneinander stehen. Von denen trenne ich mich. Ich möchte trotzdem bei der Waldgestaltung auch Etagen sehen. Das heißt jetzt hier zum Beispiel, die beiden stehen direkt nebeneinander. Ja, ich habe jetzt hier den nächsten Ast, das heißt ich trenne mich hier von dem. Den brauche ich nicht. So, die ganzen kleinen Sachen hier am Stamm brauche ich ebenso nicht. Und so mache ich das jetzt hier überall. So, Etagen, Etagen, wunderbar. Oben wird es dann dichter. So, einfach hier rauszupfen oder abschneiden. So, hier innen die Sachen, die brauche ich nicht. Ja. Die ganzen kleinen Sachen einfach abzupfen. Geht bei der Pflanze ganz gut hier. So mache ich das jetzt an jeder einzelnen Pflanze. Ja. Ich habe jetzt die Triebe deshalb schon eingekürzt, weil sie wirklich viel zu lang sind. Die Zweige, jetzt ist immer noch nicht die endgültige Position. Ich gehe dann während der Gestaltung dann nochmal mit der Schere rein und kürze Zweige ab. Ja, das ist jetzt einfach nur eine grobe Kürzung. Ja. Also da wird noch ein bisschen Laub fallen. Und auch alle, alle oben stehenden und nach unten stehenden, wie die hier, von denen werde ich mich dann trennen. Oder wenn sie seitlich, unterhalb seitlich herausragen, dass ich die dann mit eindrate und nach oben nehme. So, und das mache ich jetzt quasi an jeder Pflanze, ja. Dass ich das überall jetzt reinige. Das ist ein bisschen Arbeit. Ja, bei so vielen Bäumchen. Aber es soll ja auch gut aussehen. Okay. Sind jetzt alle gereinigt. Und ihr seht das schon, ja. Man sieht die Astansätze. So, wenn ihr euch als Einsteiger noch nicht zutraut, so viel Grün wegzuschneiden, ist das ja auch gar kein Problem. Ja, dann könnt ihr jetzt auch in einem Video das eigentlich nicht so groß, so große Beachtung schenken und dann vielleicht sogar überspringen und den Teil dann übergeben, wenn ich dann das einpflanze, die Bäumchen. Ich gehe halt da einen Schritt weiter, um euch das einfach mal zu zeigen, was man alles daraus machen kann. Der nächste Schritt ist, ich schneide alle nach oben oder nach unten stehenden Ästchen weg. Also das heißt, wenn ich jetzt den Ast hier nach unten biege, möchte ich keine unten stehenden Äste haben. Die schneide ich dann einfach weg. Und auch die nach oben stehenden schneide ich weg, sodass ich nur die seitlichen Triebe habe und dann tue ich mich auch mit dem Eindrahten etwas leichter. Ja, und wie gesagt, ihr könnt das auch Schritt für Schritt machen. Ihr könnt die Bäumchen auch so lassen, dann werden die in die Pflanzschale eingesetzt und dann lasst ihr die einfach wachsen, wenn ihr euch dazu unsicher seid. Das ist ja auch kein Problem, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich möchte ein bisschen Form reinbringen. So, der nächste Schritt wäre jetzt, die ganzen Sachen einzudrahten. Ich denke, dann werde ich zwei, drei Stündchen brauchen bei sieben Bäumchen. Ja, liebe Bonsai-Freunde, die Bäumchen sind jetzt alle durchgedrahtet und der nächste Schritt wird erstmal sein, den Wurzelballen zu reinigen. Das heißt, jetzt aus den Töpfen herausnehmen und dann kommt er in diese Bonsai-Schale. Für eine Waldform, so, für eine Waldform solltet ihr immer eine längliche nehmen. Ja, eine schöne flache längliche. Es gibt da unterschiedliche Formen. Man kann das auch auf eine Steinplatte setzen. Dann werde ich jetzt zuerst mal den Wurzelballen reinigen und dann erkläre ich euch mal, wie man am besten das oder die Bäume anordnet, so eine Waldform. Jetzt geht es ans Bepflanzen. So, jetzt kann ich natürlich hier einfach die Dinger reinstellen. So, so, und da haben wir noch zwei. So, Substrat drauf und fertig. So ist es nicht. Ja, ich muss jetzt, gerade jetzt, Gedanken machen, wie ist die Anordnung der Bäumchen, also so wahllos rein, natürlich ist das jetzt ein Wald, ja. Aber das bringt nichts, einfach die Dinger da reinzuschmeißen und nicht einfach Wald. Ich muss mir schon so ein bisschen Gedanken machen, wie platziere ich die guten Stücke. Bevor ich die platziere, stellt sich ja die Frage, wie befestige ich das überhaupt, ja. Da zeige ich euch mal meine Befestigungsmethode. Da nehme ich mir aus Bambus oder auch von meinem Chinaschilf solche Stücke, die habe ich mir jetzt schon zurechtgeschnitten. Da ich ja hier nur diese Befestigungspunkte hätte und ich natürlich bei sieben Bäumchen genau überlegen muss, genau überlegen muss, wie ich die da befestige. Baue ich mir hier so ein Gerüst. Ich glaube so, so. Ja. Ich habe mein Gerüst jetzt fertig. Ich habe das Gerüst jetzt quasi mit der Schale quasi verbunden und kann jetzt meine Bäumchen hier draufsetzen und mit einem Draht hier drunter gehen und jedes einzelne Bäumchen quasi befestigen. Jetzt habe ich jetzt eine Schicht Substrat aufgefüllt, dass die Bambusstäbe hier verdeckt sind und jetzt werde ich die Bäumchen positionieren. Also, der größte Baum kommt immer nach Form. Das heißt, ich suche mir hier mal die richtige Position aus. So, ich würde den auch nicht mittig setzen, sondern eher ein bisschen versetzt, also versetzt außerhalb der Mitte. So, dann suche ich mir den nächst dicke und größeren Baum aus. Der könnte hier hin. So, wir müssen jetzt ein bisschen räumlich gucken. Das heißt, im Raum sind auch, wenn die Bäume gleich groß werden, wirken die nach hinten versetzt kleiner. Und dieses Bild möchte ich jetzt natürlich vermitteln. Das heißt, ich nehme natürlich die kleineren und dünneren eher nach hinten. So. Oh, oh. Und der letzte. So, es geht jetzt erst mal nur um die Positionierung. Bei der Waldgestaltung, wie ich gerade gesagt habe, der größere sollte nach vorne, die kleineren nach hinten zu verlaufen. So, dass mehr Raum entsteht. So, ihr könnt hier natürlich Kerzen gerade einsetzen. Ich möchte ein bisschen Dynamik drin haben. Ich werde die äußeren ein bisschen seitlich hier rüberziehen. Bei der Waldbepflanzung, ganz wichtig nochmal, sollte möglichst von allen Seiten, sollten die Stämme zu sehen sein. Es sollte kein Stamm direkt so wie der hier, direkt so dahinter sein. Man muss den Stamm sehen, also leicht versetzt und zwar von allen Seiten, sollte man möglichst alle Stämme sehen. So platzieren, also versetzt platzieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020